Jetzt kommen wir zu dem Worst-Case-Minister. Das ist ja der Vorwurf, der häufig gemacht wird. Können Sie nicht sehen. Ich versuche wirklich, keine Übertreibung zuzulassen. Und ich versuche wirklich auch, nicht mit Schreckensszenarien zu arbeiten. Lauterbach warnte, der Gesundheitsminister spricht von einer absoluten Killer-Variante. Warum müssen Sie immer den Worst-Case betonen? Das stimmt einfach nicht. Das ist ja die Frage, die wir gerade diskutiert haben. Nein, das wird mir immer unterstellt. Aber es ist nicht so. Killer-Variante. Killer-Variante. Killer-Variante.